Musik Wir sind natürlich auch froh, dass das Heilige, wenn man das Gewerbefest veranstaltet, weil das natürlich für ganz Didersheim ein Mehrwert aufbringt, gerade auch für uns. Ganz Didersheim profitiert davon. Musik Das dritte Mal hintereinander haben wir das Gewerbefest wieder einmal voller Erfolg. Alles ist voll. Man kann es nicht abschätzen, es sind mehrere tausend Personen. Ich denke, im Moment werden immer so 800 Leute da, aber ich denke, im Laufe des Tages waren bis jetzt um 13.30 Uhr bestimmt schon 2.000, 3.000 Leute da. Musik 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 Super, es ist viel geboten, vor allem für die Kinder. Es gibt auch viele andere Sachen zu Autos, dann bieten sie, die essen sie es auch super gewesen, ob das afrikanisch war oder japanisch oder asiatisch. Also ich finde es super, das Fest. Musik 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 Es ist eine tolle Ausstellung natürlich, man kann einfach nur sagen, als Aussteller, vor allem hier als riesige Firma vor Ort, macht es natürlich Sinn, hier dabei zu sein, die Menschen vor Ort zu informieren. Es ist eine tolle, tolle Stimmung. Musik 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 Der Gewerbetag, ein toller Tag für die ganze Familie. Den Kindern hat es unheimlich Spaß gemacht. Für uns als Stadtwerke war das ein super Tag, bei tollem Wetter, vielen Gästen, wo wir gerne wieder daran treiben. Nehmt einfach die nächsten Jahre einfach bei jedem Festteil. Es lohnt sich dabei zu sein. Wir sind in zwei Jahren wieder, würde ich sagen. Ja, werden wir wieder kommen, ja. In zwei Jahren sind wir wieder dabei. In zwei Jahren gibt es wieder genau den Fest.